Setzen Sie ein, wann, wenn, als oder ob. Wann bist du nach Berlin gekommen? Wenn wir nach Augsburg fahren, besuchen wir dich. Seit wann weißt du es? Als ich in Wien wohnte, lernte ich Susi kennen. Wissen Sie, wann oder ob sie zurückkommt? Weißt du, ob er sie kennt? Als er es endlich verstanden hatte, konnte er es auch erklären. Gestern, als es blitzte, hatte ich Angst. Hat sie dir gesagt, ob ihr der Urlaub gefallen hat? Können sie mir sagen, wann der Zug abfährt? Du kannst es mir sagen, wenn du möchtest. Wann kommst du heute heim? Als er Sarah traf, hat er sich sofort in sie verliebt. Wenn du mit der Arbeit fertig bist, ruf mich an. Immer, wenn es regnet, ist sie traurig. Wann ist die Prüfung? Ich würde gerne wissen, ob es Ihnen gefällt. Weißt du, ob die Donau oder der Inlänger ist? Jedes Mal, wenn ich nach München fahre, treffen wir uns. Wenn ihr wisst, ob oder wann ihr kommt, schreibt mir. Wann und wo hast du diese Jacke gekauft? Wenn der Kurs zu Ende ist, besuche ich dich. Weißt du, wann der nächste Kurs beginnt? Wenn das Wetter schön ist, gehen wir grillen. Als ich in Bangkok war, ging ich jeden Tag aus. Frag sie bitte, ob sie ihren Freund mitbringt. Ich bin in Bangkok. Ich bin inó. Untertitelung des ZDF, 2020